Herzlich willkommen auf meinen Kanal, Freunde. Es geht noch mal um Mario Barth. Er war jetzt irgendwie live und er soll irgendwie querfeindlich und TV-feindlich irgendwie was gesagt haben. Ich bin ja jetzt mal ganz frei, wir gucken uns das an und dann... Mach das doch! Oh Mann! Alter, erst ist ein Dachs ein Huhn, jetzt hat er mich angerufen, war er eine Kuh. Das ist mir zu blöde. Das kannst du ja nicht machen. Und ich wäre gerne bei Herrn Kowalski. Okay, gut, er sagt irgendwas mit Hühner und etc., wenn man das und das sein will. Okay, gut, aber ist es jetzt schlimm, wenn er einfach eine Meinung hat und sagt, okay, gut, für ihn ist es halt nicht so? Oder nicht, schreibt mal rein in diesen Kanal, dass ich abonnieren.